So, da sind wir und direkt geht es weiter hier mit Hand, heute in Doppelfolge. Nur, nur falls die Leute sich die Videos direkt hinterher nachgucken, das weiß man ja nicht. Genau, und wieder heute mit Ricky Ho unterwegs, hi Ricky. Hallo. Hallo, hallo Fans. Hallo Fans. Hi, Follower. Follower. Follower an meinem Kanal, lass ein Follow da. Abonnenten, genau, immer abonnieren. Die Glocke nicht vergessen. Was für ein Scheiß, echt. Gibt es auch noch coole Drops bei mir. Genau. Da gibt es Drops auf die Fresse. Hier, Twitch Drops. Ja. Ne, kenn ich nicht. Weiß auch nicht so genau, was das ist, aber das gibt es bei Twitch. Da sind irgendwie alle geil drauf. Auf Drops? Ja, irgendwie die... Ich dachte, auf Subs sind die doch. Ja, Subs, Drops, alles. Keine Ahnung. Drops und Subs, meinst du beides? Ja, Subs gibt es auch. Subs gibt es auch, ne? Ich kenn mich da in der Materie nicht so aus. Auch nicht. So, warte mal. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo ist das? Da hinten ist das, ne? Ja, ich bin noch im Weg zum Hinweis. Ich folge dir unauffählich. Müssen wir hier gerade den Simulator platten. Ach ja, den konnten wir... So was habe ich ja auch, ne? Genau. Hast du ein Schlagdinger, hast du auch? Ja. Ach so, ja stimmt. Ja, ich kenne das ja gar nicht so, ne? Ach, da ist er der Dings, ne? Der... Aber du weißt schon, was wir machen müssen, ne? Wir haben das heute ein paar Mal gespielt. Ja, okay. Wir haben ja die, die jetzt die, hier die, diese, diese Hinweise sammeln. Genau, der nächste ist da hinten. Bei mir haben sich irgendwie die ganzen Sound-Einstellungen verändert. Ich habe keine Ahnung warum. Was ist denn da los? Hast du was Neues eingebaut? Nö, eigentlich nicht. Voll weggeboxt, Emma, echt. Oh, die ist übel, ne? Nee, die ist platt. So, äh, wo sind wir denn? Da, äh, Hinweis. Äh, wo ist ein Hinweis? Warte, da hinten. Genau, und das war jetzt das zweite Hinweis. Ja. Der zweite Hinweis. Da ist wieder so ne Trulla. Ja. Der zweite Hinweis ist da vorne. Ey, der Basti schreibt gerade, ey. Was? Der Basti schreibt gerade, ey. Wir haben übrigens entschieden, dass du dir Battlefield dann auch holen musst, damit wir das dann zocken können, ne? Habt ihr das so entschieden, oder was? Ja, der Basti und ich. Cool. Satz ja gut drauf, ey. Steht auch bei uns im Kanal, ne, wenn du mal guckst. Ja, habe ich schon gelesen. Ja. Habe ich schon gesehen, dass ihr das so entschieden habt. Ohne mich zu fragen. Was kommt das raus? Morgen kommt das raus, ne? Ja. Äh, nee, am 2. Also am 19. Ja, übermorgen. Ey, guck mal, ich lenke den ab, du rutsch den Hinweis, ja? Okay. Oh, heilig, heilig, heilig. Äh. Der lässt mich aber nicht, äh, nein. Da ist ein Geister. Der hat mich nicht dran gelassen, da am Hinweis. Ey, Gegner. Aber ich bin von einem Dingstag kaputt gegangen. Nicht vom Gegner. Ja. Von dem, äh. Da ist der Gegner, genau. Dieses Riesenmonster, das hat mich nicht da dran gelassen. An dem Hinweis. Hat er sich nicht mir gepolgt? Ja, gut. Jetzt holen die ja. Bist du noch drin, oder was? Was? Bist du noch im Spiel? Ich seh dir dabei zu. Also, mir nicht, ne? Ich bin schon dort. Ach so, wer ist das denn? Der Raub, wer ist denn der Raubmeister? Bist du auch tot, oder was? Ja, ja. Sag das doch. Hä? Wieso? Hab ich doch. Wieso gucke ich denn den Typ denn dann? Mission verlassen, ne? Ja. Was, dein Gegner stirbt und geht für immer verloren? Ja, wenn du tot, äh, keine Ahnung. Also, weil... So, verliere ich deinen Jäger, oder was? Wenn ich jetzt die Mission verlasse, ne? Also, bist du doch nicht tot. Was hat das jetzt ausgemacht? Jetzt hab ich jetzt meinen Jäger verloren. Oder wo bin ich denn jetzt? Missionsauswertung, bla 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 bla, überspringen. So, jetzt hab ich die hier, ne? Ja. Also. Missionsauswertung. Was sind denn die Gesundheitsspritzen? Noch mal keine Verbandtasche kann man nehmen. Was? Okay. Das machen wir jetzt besser. Das wird besser. Das war ja wohl mal Yannick. Was braucht er denn so lange? Ja, das kommt schon vor. Manchmal recht lange dauert. Ja. Ja. Warte auf Spieler. Da hinten sind die Hinweise. Funktioniert alles. Du bist also die Dame hier. Ja, du auch. Ja, cool. Frauenpower. Mach dich bereit. Ja, irgendwo hier hinterm Gebüsch oder so. Ich denke mal, das ist was du. Oh, hier sind einige. Da liegt Geld. Echt? Sind noch zwei Hinweise, ne? Sind das immer drei? Gehen wir mal zum nächsten. Das schöne Natur hier. Wo bist du denn da lang? Da hinten? Gehen wir es mal zu denen, ne? Ja. Da wird geschossen. Das kommt hier von rechts nirgendwo, ne? Ja. Jetzt kann man nicht so voll hören, woher das kommt. Ja, ja. Klar, das ist wichtig bei dem Spiel. Ja, voll so auf Sound achten, ne? Ja. Ich hab mich doch geduckt. Wieso? Ja. Alles nix. Hier sind auch noch Hunde. Toll. Die müssen brennen. Was meinst du? Der Boss ist hier. Der Boss ist da. Das war doch so ein Assi-Boss, ne? Warte. Warte. Was ist das denn? Das war echt ein Assi-Boss. Wenn du hier irgendwo eine Achse oder einen Hammer siehst. Die sind am besten. Gegen den Boss, meinst du? Ja. Die sind lautlos. Die Kugeln sind nicht so gut. Ne. Ich hab ja sowas gar nicht. Dynamit habe ich. Die klingt da rum. Jetzt bin ich ja wieder verseucht. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen, ja. Geh raus, komm. Ja, wollte ich gerade machen. Wollte ich gerade machen. Hier liegt ne Axt. Jo, danke. Ein Schlag noch. Können wir die Tür, Fenster dazu machen? Nein. Ne, geht nicht. Oh, der stirbt jetzt. Der ist tot, mein ich. Da wird jetzt verbannt. Ach, hier liegen auch so Fallen, ne? Ja, die kann man verteilen. Zum Beispiel da an den offenen Fenstern. Ja. So, wo sind wir denn? Hier sind noch mehr Fallen. Meinst du, die Spieler kommen jetzt hier hin? Die anderen? Weil die haben das jetzt mitgekriegt, dass der Boss jetzt platt ist, ne? Die sehen das. Ja, die sehen jetzt auch vor allem, wo die Verbannung ist. Ah, okay. Ja, wir könnten uns die dann schnappen und dann nach Osten rennen. Oh, hör mal. Hast du da Schritte gehört? Ja. Oh, und die Ketten, ne? Kann leider nichts sehen. Kämpf mit den Hunden, ne? Keine Ahnung. So, hört sich das an. So, ganz in der Nähe. Ja. So. Untertitelung des ZDF, 2020 94% Was ist das denn jetzt? Oh nein, hat er mich erwischt, ach das gibt's doch gar nicht. Ja, da waren irgendwie doch welche, die ich nicht gesehen habe. Ist das denn die Möglichkeit? Aber wir waren ganz gut, also du hast den Boss gelegt. Ja, ich hätte jetzt, ja wir hätten am Ende abwarten müssen hier. Mist. Wir haben das ganz gut gemacht. Nee, ich hätte ja nicht das Profil nehmen sollen, sondern echt abwarten, die Gegner kommen lassen, abknallen erst mal. Das ist der Fässer gewesen, anstatt Profil nehmen und Fenster sprengen, wie ich's gemacht hab. Da waren welche und haben mich abgeknallt. Ja, du bist aus dem Fässer gesprungen und dann haben die dich erwischt, ne? Ja, ja. Ich hatte vorher halt einen Rundumblick gemacht und ich meine, ich hab nur in der anderen Richtung Gegner gesehen. Da hab ich mich dann wohl verpufft. Keine Ahnung. Ja, ich mach jetzt mal Schluss. Mach mal Ende, ne? Wegen diesem Lehrgang muss ich früh aufstehen. Ja, mach's. Das war jetzt zwei Tage, heute und morgen. Heute hab ich schon fast verpufft. Mach das mal, echt. Ja. Ja, war cool. Coole kleine Runde. Ja. Genau, dann tschüss, Leute, ne? Genau, tschüss, ne? Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Abschalten jetzt. Tschö. Abschalten, genau, abschalten, tschöö. Tschö.